Hallo, ich bin der Kenzo von der Firma EILA. Wir haben eine Kooperation mit der Firma Steffax und so ist der STX EILA Edition 1 entstanden. Das Fahrzeug ist 12 Meter lang, 4 Meter hoch und 250 Meter breit. Wenn wir die Position gefunden haben, können wir alle unsere Sliders ausfahren. Dann haben wir natürlich viel mehr Platz im Wohnbereich wie während der Fahrt. Während der Fahrt kann das Fahrzeug bloß eine Breite von 2,50 Meter haben. Hier kommen wir dann fast auf 5 Meter, was über 35 Quadratmeter Wohnfläche schafft. Uns war wichtig bei dem Fahrzeug, dass wir mal wegkommen vom ganzen Campingcharakter, sondern mal die 5-Sterne-Suite auf Rädern bringen. Das Fahrzeug ist auf LKW-Basis, deswegen benötigen wir hier die Führerschein Klasse C. Kann natürlich nicht jeder fahren, aber den Führerschein kann man fix machen in zwei Wochen. Unsere Zielgruppe ist viel im Rennsport tätig, aber natürlich haben wir auch den Standard Camper. Wir haben hier ein großes Portfolio von Campingplätzen ausgearbeitet, wo man in ganz Europa parken kann. Das wird natürlich dazu gesendet, wenn eins verkauft wird.